Die drei Religionen sind verschiedene Wege gegangen, aber eigentlich haben sie die gleichen Ziele. Mit dem House of One haben wir das große Glück, auf Augenhöhe und in Harmonie gemeinsam zu arbeiten, aber vor allem gemeinsam in Vielfalt zu leben. Für uns Muslime ist es eine wunderbare Möglichkeit, in unserer Heimat, in Deutschland, wahr und ernst genommen zu werden. Und wunderbar ist auch, unsere Freunde und Nachbarn besser verstehen und schätzen zu lernen. Genau diese Gedanken haben wir in den Architekturwettbewerb einfließen lassen. Sie sollen den Geist des Hauses prägen.